recht herzlich willkommen zur 208 folge von towns ja wir sind jetzt unterwegs und machen wir den mal hier weg der ist ja schon ganz vermodert vermodert wie weiß ich wer es heißt so hier ist alles gut sehen wir es auch nicht wenn man es so sieht ich glaube der kann auch anlockt werden mal den kümmern woanders hinstellen ja wo muss der hin das die frage da oben den können wir jetzt abreißen so lange hat es gedauert weiß ich auch nicht aber da einen jetzt gar nicht der oben oder unten ist den können wir jetzt hier aber auf jeden fall deleten oder destroyen und den mann lockt und vielleicht holt ihn ja irgendwann einer darunter und hier können wir schnellstens noch einen rüberziehen vielleicht klappt das mal mit dem zubauen okay der ist auch weg hier klappt was nicht der kann das dort werden und jetzt ist die frage ob da einer in denen hinsetzen kann okay das bedeutet so und so noch mal refreshen vielleicht klappt es dann und da machen wir mal so und da fehlt einer den kann man da gar nicht hin bauen da muss nämlich davor noch ein gestell hin gut gucken wir mal wie weit das geht da läuft einer mit der tue durch die gegend ok und die auch mal zeit oder können noch zwei steine gebaut werden damit das darunter auch fertig wird das passt wohl alles ja ja müssen wir mal gucken hinten fehlt noch da sind die lücken aber schon weiter geschlossen worden ja die frage wo das hier ist ne also soll ja warum wir da mal ein das kauf holt hin da haben wir schon wieder einen den mann bestreuen können und der da müsste eigentlich da erreichbar sein nach dem ständigen skater darunter ok der läuft schon da läuft ja unten rum alles klar dann da oder da muss man mal gucken wo der gebaut wird hier in der ecke kann man den rein theoretisch aufbauen weil die können ja diagonal darüber springen dann genauso wie hier jetzt wo der hinläuft aber der läuft dahin ok ja würde ich jetzt so machen und da können wir so machen sollte funktionieren die firma so da kommt ein stein und er wird wohin geboren ach so ok da unten wird da gleich noch das zimmer fertig ja geht das ist 4 und das ist auch hier sieht so anders aus mir ist aber wohl gleich groß täuscht ein bisschen ok das ist auch erledigt er kann destroyed werden der sieht nicht mehr gut aus ok dann würde ich sagen machen wir das mal so und hoffen dass hier der eckstein als letztes kommt so kummer hin ist gebaut worden nein das war jetzt nicht richtig hier der wird dahin gesetzt irgendwo passt ja geht vorne so wer baut was wohin gute frage nochmal so da läuft einer und baut den dahin mach ich mal so nochmal tja keine ahnung wo das kommt aber wir werden sehen ok dann müssen wir nochmal da ist fertig geworden dann machen wir das erstmal so shift hast du ja nicht gedrückt na und da aber so gucken ob das soweit klappt so da klappt das mit dem stein wohl guck mal wie weit das da geht den können wir anloggen und dann bauen wir mal da hin den entfernen weil er sowieso schon schäbig ist ja das geht auch voran ich denke mal den können wir anloggen und den wohl auch und dann geht hier noch was hin kommen wir mal so da drunter war noch ne der ist schon weg ok ne den müssen wir lassen den können wir aber setzen hier sieht's gut aus so und der müsste eigentlich von daher erreichbar sein ne also da können wir hier noch so machen gut so müsste gehen ne ok da wird freilich weitergearbeitet unlock machen wir den mal da drunter ja das hat geklappt wie wir uns das vorgestellt haben dann musste das ja so auch funktionieren gucken wir mal wer da zuerst baut und wer zuletzt gut hinten fehlt's noch da weiß ich nie wie er da hinkommen soll wahrscheinlich das so machen und bauen das mal so zu oder müsste so gehen dann so der geht da nicht ok dann muss der da wohin gute frage und erst mal da einen da ist noch keiner gesetzt worden und ich setze mal ganz einfach hier einen hin damit das mit dem dahin laufen nicht so lange dauert ne na guck mal da ist einer gesetzt worden mhm ich glaube ich mach das mal so wenn der dann gesetzt ist oder der oder der dann geht auch der ne ich glaube den hier können wir anloggen tja der wäre schön wenn der da auch noch gemacht wird kann ich denn da jetzt den das ist immer noch die falsche stelle machen wir mal hier noch eine reihe hin oder gut der wird da weggenommen und wird woanders hingestellt ok der wurde fertiggestellt das heißt dieser stein geht jetzt auch und und da können wir drei ersetzen sehr gut ich glaube wir können hier mal einen auslösen ok ich mach mal so den 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 und den die müssten alle gehen ohne probleme so wie sieht es hier aus da noch drei dabei da tut sich nichts keine ahnung warum nicht ist aber rein theoretisch auch gehen ok mach die beiden mal einfach einen daneben und vielleicht gibt es dann noch mal jetzt ist er da so wir hängen gelaufen und hat den geschafft obwohl das ding da abgebaut ist krass oder ok sind jetzt auch umgestellt worden dafür noch zwei ok können wir anloggen und läuft dann geht auch machen wir mal so ok der ist da hingebaut worden der kann anloggen werden ja der ist glaube ich auch schon über da machen wir mal da einen hin so schauen wir mal der wird schon bewegt ok da ist auch einer hingekommen das heißt der kann da als nächstes gemacht werden ja da wird es immer weiter fertig gebaut und da auch dick geschwebt und bricht nicht ein voll cool läuft ok so weit gut aus ob der da gesetzt werden kann ist wieder die nächste frage aber ist die frage wo kommt dieser schatten weg von da keiner weiß wo lassen wir erstmal so stehen da kann auch einer hin oder müsste gehen gut läuft kann man nicht anders sagen der deine mitte kann weg die sind doch alle gut ne ja räumlichkeiten wachsen ja aber dann würde ich sagen bei diesem tollen puzzlespiel was wir hier haben ist jetzt im keller nichts gemacht worden das war das nächste wieder müssen wir mal gucken was wir da weitermachen ich denke mal nächstes mal gehen wir hier ins unterste geschoss und machen da mal frei und gucken was für viecher da noch rumlaufen und dann gucken wir da weiter gut dann sag ich erstmal recht herzlichen dank fürs zuschauen und ich würde mich freuen wenn ihr das nächste mal auch wieder mit dabei seid bis dann tschüss 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 tschüss